Hallöchen ihr da draußen und willkommen zurück zu Secret. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Oh, da ist noch einer mit einer Aufgabe. Oh, ihr seid schon tot? Wie, ich wollte doch eigentlich hier jetzt schon weitergehen. Aber, naja, jetzt können wir ja hier noch ein bisschen was machen. Da hat noch jemand was für uns. Toll, die Monster haben ja fast nichts für uns übrig. Die haben nur scheiße. Oh, Weihnachten ist! Weihnachten! Ach du meine Güte, ja. Ich wünsche euch natürlich ein frohes, frohes Fest, ne? Und viel Spaß mit eurer Familie und ärgert die nicht so viel. Wollt ihr mir zu diensten sein? Eine Mumie hat sich aus ihrer Gruft erhoben. Helft uns und vernichtet das untote Wesen. Beginnt eure Suche bei der alten Brücke. Die Zeit drängt. Seid bitte gleich wieder da. Natürlich machen wir das. Totes Fleisch, die holen uns, die Mumie. Das ist, glaube ich, ganz in der Nähe hier. Ja, das ist nicht weit weg. Die werden wir uns jetzt erstmal krallen. So, Weihnachten. Ja, ja. Ich hoffe, ihr werdet reichlich beschenkt. Mit Erfahrung und EP. Und natürlich auch geile Items. Dankt mir für euren schnellen Tod. Welches Spiel zockt ihr gerade? So zu Weihnachtszeit. Hoffentlich was Besinnliches. So, ich glaube, das war's schon. Die haben sich schon getötet. Die Truhe haben wir mal aufgemacht. Vor zig Wochentage. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich alles bekomme. Wobei, in dem Alter bekommen wir ja nicht mehr so viel, ne? Ich bin ja schon ein alter Mann. Langsam. Kann man ja schon sagen. Formable Arbeit. Hier, nehmt dies zum Dank. Ja, danke dir. Mein königlicher Fürstenheld. Äh, Fürst. So, wir nehmen mal ein Pferdchen. Sind wir natürlich mit dem. Sind wir etwas schneller. Gehen wir mal nach Reckendorf. Und schauen wir mal, was die Leute in Reckendorf so zu tun haben. Oder ob sie was für uns zu tun haben. Leider muss ich auch jetzt hier noch was sagen. Und zwar ist in letzter Zeit mir das Spiel nach dem Speichern abgestürzt. Und das hat mich richtig angekotzt. Also das Spiel langsam wird die Performance immer schlechter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warum es abstürzt beim Speichern. Keine Ahnung. Ist natürlich ärgerlich. Wenn ich gerade aufgenommen habe, will speichern und dann ist alles am Arsch. So, jetzt müssen wir erstmal hier einen Übergang suchen. Vielleicht habt ihr ja das Problem auch. Und könnt mir das mal sagen, wie man das behoben bekommt. Dass das mal wieder aufhört. Ich habe das natürlich auf einer anderen Festplatte. Also ich habe Betriebssysteme auf einer eigenen Festplatte. Aufnahmeprogramm auf dem, wo das Betriebssystem ist. Das Spiel habe ich auf einer wieder anderen Festplatte. Auf einer 500 Gigabyte. Aufnehmen tue ich auf eine Terabyte. Aber nicht nur. Ich tue auch manchmal wechseln. Da habe ich noch eine SSD, wo ich aufnehme. Für ein bisschen Hardcore-Spiele. Eine 512 SSD. Ich glaube 512 müsste es sein. Ah, 500 Gigabyte halt. So. Heieiei, was sind denn das für Typen? Die stecken aber ganz schön was ein. Ja, die sind auch wieder ein bisschen... Die sind auch orange. Also die sind genau richtig für mich. So, jetzt wollen wir hoffen, dass es gut klappt. Und dass es nicht wieder abschmiert. So. Sonst muss ich nämlich wieder da hinspielen. Und das ist doof. Also wir sind angekommen hier im Dörfchen. Reckendorf. Schauen wir mal, ob die Menschen hier irgendwas für uns zu tun haben. Haben wir eigentlich irgendwelche Gegenstände? Zum Verticken. Oh, Magierschuhe. Magierschuhe. Da könnte man vielleicht was drauf machen. Ein Gürtel. Oh, ich glaube da ist der besser, wo ich hab. So. Den kann man weg. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Hast du noch irgendwas zum Kaufen für mich? Ja, da gibt's noch ein bisschen was. Schwache Heildrang. Schwache Heildrang. Sog der Hölle. Schwache Sog der Hölle. Beziehungsweise. Nehmen wir mal auch mal mit. Können wir mal brauchen. So. Das andere Ding, das können wir ja mal sockeln. Aber ich glaube, hier gibt's keine Arbeit für uns. Wir werden doch wohl nicht arbeitslos werden jetzt hier. Hm. So wie's aussieht. Da ist zwar jemand, wo vielleicht irgendwann mal was für uns hat, aber. Jetzt grad nix von uns wissen will. Es ist alles blau. Also Arbeit gibt's hier keine. Na, können wir ja weitergehen. Wenn's keine Arbeit gibt, brauchen wir uns auch hier nicht aufhalten. Ja. Okay. Überraded. Und weg. Wir müssen nur gucken, wie ich da am besten... Ich bleib am besten auf dem Weg. Ja, da nach oben ist vielleicht besser. Genau. Bin ich jetzt noch richtig? Halt, ich muss da rum. Hilfe! Oje. Ja, toll. Ihr Arschlächer. Jetzt machen sie mich auch noch fest. Komm ran an den. Hey, bleib hier. Du versaust meine Quote. Ja. Ich hatte jetzt letztens... ...einen Zuschauer, der hat da ein bisschen... ...dem hat das nicht so gepasst, dass ich einen Kampfmagier mach. Dem hab ich dann erklärt, dass ich das nicht entschieden hab, sondern dass ihr das entschieden habt, ihr Zuschauer. Und da kann ich ja nix dafür, oder? So, hier. Ich grüße euch, Wanderer. Helft mir... Äh, helft ihr mir bei der Jagd... ...nach brutalen Wilderern? Ihr kommt zu einer unglücklichen Zeit... ...durch mein Areal. Denn seht, was... ...mordrige Wilderer... ...mein Tieren angetan haben. Mordgierige Wilderer. Natürlich helfe ich dir. Gute Frau. Sind das die schon? Jagd auf die Wilderer. Aha. Ja. Ja. Wie gesagt, ähm... ...ich hatte dann eine kleine Diskussion mit dem. Was heißt Diskussion? War das jetzt keine? Ich hab halt mit ihm... Er hat geschrieben, hab ich das ihm gesagt so. Ja, und so sieht's aus. Und... Dann hat er aufs Trotz, glaub ich, gleich mal ein paar... ...Daumen runter gemacht bei meinen Videos. Okay. Gut, kann ich auch verstehen, wenn's einem nicht passt. Aber was hat da das Spiel dann damit zu tun? Versteh ich nicht. Aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Das ist natürlich seine eigene Meinung. Aber ich find halt, dann braucht er sie auch nicht angucken. Wenn's einem nicht gefällt. Weil, dann brauchen wir nicht 6, 7 Parts oder 8 Parts oder sogar 10 Parts anschauen. Und dann das einfach nur schlecht bewerten. Ich find, das mach ich persönlich auch nicht. Wieso sollte ich denn das tun? Gut, es ist denjenigen überlassen. Mir ist das egal. Ich eh... Ich geh da eh keinen. Ja, das ist hinter den Bäumen. Aber wenn ich mal eure Meinung dazu hören... Muss man deswegen gleich Daumen runter machen? Vielleicht könnt ihr ja mal... ...euch in meine Lage versetzen. Warum ich das jetzt so sag. Ach, die Wilderer, die sind ja schlimm. Aber trotzdem lasst euch nicht von mir irgendwie hier, ja... Das ist alles freie Meinung und so, ne? Ist ja klar. Darf ja jeder haben. Jetzt fahr ich mir nur grad, wie ich hinter den Wald komm. Muss ich da runter, oder? Moment, nein, ich geh mal oben. Eine gepflegte Konversation. Wo ist denn die jetzt? Hallo? Ach, da ist sie ja. Ich glaub, ich werd mal auf dem Pferd absteigen und... ...dass ich mir so folgen kann. Weil die ist nämlich lahm. Ich hoffe, ihr seid heute Abend bei der Familie an Heiligabend zu, ne? Ist natürlich wichtig. Oh, ihr mörderische Ratte. So. So, das hätten wir auch. Jetzt müssen wir nur noch die Typen finden. Also, ich bin heute Abend bei meiner Mama. Mit der ganzen Familie. Schwiegerleute. Alle zusammen. Wird bestimmt lustig. Mal gucken, ob ich dann in der Fähigkeit bin, morgen irgendwelche Videos hochzulernen. Oh, Mann. Komm schon. Das hab ich auch gemacht, wie gewetzelt. Hey. Na. Sind das die Wilderer? Nee. Das sind wir weiter unten. Hey, der hat aus mir ein Monster gemacht. Haha. So. Nicht, dass die jetzt noch umfliegt hier. Jetzt komm. Waren sie es immer noch nicht. Ach, die sind noch viel weiter unten. Ich bin gespannt, ob sich jemand meldet mit dem gleichen Problem, wo ich hab. Mit dem Speichern und das ist Spiel abgeschmiert. Ei. Da sind noch welche. Mann, ich will ein Level. Ich will ein höheres Level erreichen. Ich glaube, ich könnte ja mal Dank des Mentors benutzen. Vielleicht kriege ich dann ein bisschen mehr EP mal wieder. Also ich glaube, wir haben ja ein bisschen was, oder? Ja, ein paar Fläschchen haben wir. Hm, da sind sie schon. Na, komm mal her. Ui, was ist denn das für einer? Ui. Okay. Okay. Dann war ein bisschen ich hart dran. Ich will euch zeigen, dass Herr Anführer von eurem Rang nur nicht das Wasser reichen kann. Ist die Tussi gestorben? Ne, ich hoffe ja nicht. Scheiße. Ist jetzt die Quest gescheitert dadurch? Du, da kann ich jetzt nichts dafür. Und also, ich finde den Kampfmagier eigentlich voll geil. Aufgabe abgeschlossen. Ja, aber die ist ja jetzt tot. Okay, wir haben sie wenigstens geschnappt. Auch wenn es die gute Maid nicht überlebt hat. Okay. Ich brauche mein Pferd. Ah, toll. Jetzt steht es auch noch richtig toll, dass ich nicht raufkomme. Komm schon. Steigt doch drauf. Hallo. Er tut es nicht. Vorsicht, da drüben sind so Drachen, denen will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Ich brauche mir ein bisschen freies Feld, damit ich den herrufen kann. Oh, da ist ein Pferdgang. Ja, ich gehe mal zurück auf den Weg. Oder meinte, da kommen wir... Oh je. Dein Blut reinigt deine verkommene Seele. Ja, das war klar. Komm her. Die haben aber ganz schön was drauf, die Magier, ey. Das Priester. Ich will ins Örtchen. Ins Neue. Müsste auch eine ziemlich große Stadt sein, so wie das aussieht. Die könnten mich, glaube ich, festmachen. Ach gut, können sie nicht. Perfekt. Oh, scheiße. Hey, cool. Guck mal, da ist ein... Da ist ein Acker. Ja, aber ich glaube, hier sind nur Monster. Ah, da geht's drüber. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch hin. Ach, du Scheiße. Monster. Oh no. Oh, hier ist alles so verseucht von denen. Kann man durchs Feld laufen? Nö, er kann nicht durch ein Feld laufen. Das ist ja sehr interessant. Dann mache ich mal hier kurz zu denen. Ah, guck mal, sie hauen alle ab. Na toll. Ist hier keiner dabei, der mir ein bisschen helfen will? Ihr seid doch echt das letzte Pack. So. Komm schon. Drauf auf das Pack. Gut, guck mal, kaum ist es erledigt, schon kommen sie alle wieder raus. Mann, Mann, Mann. Ist das ein feiges Volk. Da gibt's Pferde zum Verkaufen. Und ich darf sie... Nein, aber das hier dürfte ich kaufen. Gibt's denn hier nirgends einen Pferdetrainer oder so? Der will nicht mit mir reden. Na toll. Okay, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Irgendwo muss ich doch hier mal reingehen. Ah, guck mal hier. Ich glaube, wir sind angekommen hier oben. Da sehe ich auch schon den ersten mit einer Aufgabe für mich. Das ist gut. Jetzt gehen wir aber erst mal kurz. Hä? Das ist nicht richtig. Müssen wir hier nochmal rausgehen. Hallo? Wieso geht das nicht auf? Ah, jetzt. Sag mal, bin ich richtig? Ja. Das habe ich gerade gedacht. Hey! Hey! Wieso schlägst du mich? Alter, ich glaube, du spinnst. Da ist auch einer. Mit dem Auftrag für mich. Und hier können wir die Quest abgeben. Zu den Schergen dem Ordreys scheint ihr nicht zu gehören. Wenn ihr Informationen sucht, redet mit Pry. Man sagt, er weiß viel über die Rebellen. Ihr findet ihn häufig vor der Spelunke Ascarons Ruf. Ah, ist das auch hier? Ah, okay. Das ist außerhalb. Gut. Den werde ich später mal suchen. Jetzt mal schauen, wenn ich speichere, ob das Spiel abschmiert oder nicht. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Tschüss! Tschüss!